Wer bist du? Der mit dem blauen Haar. Und dem krummen Rücken. Oh mein Gott, wie siehst du aus? Lecker. Junge, der war ein komplettes Sturm. Wir müssen als Team spielen. Keeperin, man. Finn? Stark, Finn. Raus, 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 raus! Der Leidsteiner hinten nach unten. Schön. Schön, 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 schön. Jetzt mit Justin. Hoch, hoch, wieder hoch. Ja, Schuss, Memo, Schuss. Nein! Ja! Memo lag, Memo. Okay, Justin ist da. Oh nein. Halle rein! Memo, oder Konzi? Ja, ausspielen, ausspielen. Das ist free, das ist free, das ist so free. Ich werde die nicht machen. Das ist so lahm. Du hast mehr Finishing. Nein! 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 Was ist das? Oh, Konter. Ich hab kaum Ausdauer. Plus zwei, plus zwei. Du bist allein, du bist durch, du bist durch. Ja, ich hab kein Ausdauer. Dann Tricks, dann halt, halt, halt. Ja, du hast jetzt. Nein! Ich hab sogar gequeent, eigentlich. Ja! Ja, ich hab gerne spider. Da kriegs sogar raus. Das Snoop Dogg kriegs sogar raus. Oh mein Gott, ist kein Elber. Oh mein Gott. Schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu-schu. Ohhhh, let's go! Er kam! Ja, nochmal. Ich glänze jetzt. Du hast den Satz nicht mal beendet, du hast schon mal... Ja, in Andersrung, du hast den Satz beendet, als der Ballschritt verloren war. Ich will Justin nicht spielen. Ja, nicht in den Lauf, das bringt nix. Vorne rein kannst du... Ich geh lang, ich geh zu London lang. Der kommt! Aber gut, die spielen auch zu 10 eigentlich. Aber... Aber... Aber was? Er verliert die Worte. Ist das frech, ist... Der kommt! Boah, der kommt geil! Nein! Warum gibt's den Kopf, Mann? Ja, ich konnte aber da nicht hinspielen, weil das die ganze Zeit geblockt hat. Digga, ne. Darf ich ihn umgrätschen? Digga, ist das ratig. Daher ist vorne! Hä? Hä? VORNE! Ja, was? Ah... Das war... Das war... Das war der... Finchi. Wo steh ich eigentlich wieder? Ich steh vorne. Oh, oh. Ich glaub, der geht. Der fährt ein. Da stelle ich hin, Justin. Der fährt ein. Der fährt ein. Was? Ja, okay. Warum? Justin... Warte, warte. Freaking Qs hier. Der hat echt Fin am meisten, gell. Warte, warte, warte. Ihr habt das schon gebetet. Oh mein Gott. Sorry. Ja, jetzt geh. Oh! Tu es, Kotz! Nein! Nimm mal, nimm mal! Ja! Wir kassieren so Parma. Digga, das sind viel zu viele jetzt. Stefan. Immer offenspielen. Immer mit Ehre. Jetzt geh ab, geh ab, geh ab, geh ab. Niemals ehrenlos. Außer Weakle. Ja. Lauf jetzt aus, lauf jetzt aus. Lauf jetzt aus. Lauf jetzt nicht vorbei. Lauf jetzt raus. Ja. 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 Okay, Digga. Mach doch die Wache. Nein, nein, lauf ruhig. Treh dich, treh dich, treh dich. Nochmal? Ja. Bleib dran. Am Schieß! Yes! So rattig. Komm her, kleiner Zeck. Von Trotz, aber. Justin für Trivella? Ja. Schöner Ball. Optimistisch. Ich bin bereit, Jungs. Seid ihr taktisch richtig eingestellt? Yes. Und es geht direkt LOS! Ich bin rein einfach raus, lass mich in den Kopf. Ich bin hier eine sensationelle Idee. Ich hab nicht mehr L2 weggerückt. Und hier bin ich. Das hast du? Memo? Aber ich kann das auch nicht, Jus. Der dauert vielleicht. Sch-sch-sch-sch-sch! Ich hab's nur eine gute Gruppe.